Liebe HörerInnen, bitte beachtet, dass Runaway Elemente enthält, die triggern können. Diese sind Abtreibung und unerfüllter Kinderwunsch sowie Krankheit in der Familie. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Eure Annabelle und euer Lyx Verlag. Für Saskia, du bist mein Safe Space. Prolog. Podcast Your Story is My Story. Hallo, danke, dass ihr zuhört. Ich bin heute hier, weil ich hatte vor zwei Jahren eine Abtreibung. Ich weiß, dass das Thema unglaublich viel Konfliktpotenzial bietet. Deshalb gleich vorweg. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr nichts von Abtreibungen haltet und euch niemals für eine entscheiden würdet. Das müsst ihr nicht. Was ihr jedoch müsst, ist zu respektieren, dass jede Person das Recht hat, für sich selbst zu entscheiden. Ich habe sehr lange über meine Abtreibung geschwiegen. Genauer gesagt wussten es bis eben nur zwei Personen. Aber ich schäme mich nicht dafür. Und so wie Kira in den vergangenen Podcast-Folgen versucht hat, anderen Mut zu machen und Scham zu nehmen, möchte ich heute das Gleiche tun. Danke für deinen Mut. Wie hast du damals reagiert? Wie war der Weg bis zur finalen Entscheidung? Sowohl für mich als auch für den potenziellen Vater war sofort klar, dass wir noch keine Kinder möchten und dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Trotzdem haben wir natürlich die Alternativen durchgespielt. Wie sähe unser Leben mit diesem Baby aus? Welche Möglichkeiten haben wir? Ich möchte irgendwann Kinder. Also bin ich im Kopf alle Szenarien durchgegangen. Letztendlich hat sich aber jedes ausgemaltes Szenario völlig falsch angefühlt. Ich würde sagen, dass es zwar eine leichte, aber keine leichtfertige Entscheidung war. Was schwer war, war alles, was auf die Entscheidung hin folgte. Der Gang zur Gynäkologin und all die Hürden. Denn obwohl wir in Deutschland zum Glück frei entscheiden können, ob wir ein Kind bekommen möchten oder nicht, wurde mir stellenweise ein anderes Gefühl vermittelt. Ich war gerade einmal in der fünften Woche. Ein medikamentöser Abbruch war also noch möglich. Das geht nur bis zur neunten Woche. Meine Frauenärztin konnte mir nicht weiterhelfen, da sie selbst keine Abbrüche vornahm. Aufgrund des Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, durfte sie mich jedoch auch an keine Klinik überweisen. Hat sie negativ reagiert? Nein. Sie war total verständnisvoll. Aus Foren, in denen ich mich mit anderen ausgetauscht habe, weiß ich, dass das leider nicht selbstverständlich ist. Mit der Hürde meinte ich eher das Gefühl, das mir bei all dem vermittelt wurde. Obwohl alles, was ich getan habe, völlig legal war, fühlte es sich durch das komplizierte Prozedere an, als täte ich etwas Illegales. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber der Paragraf verbietet es Ärzten und Ärztinnen auf ihrer Praxis-Website darauf hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, richtig? Wie hast du letztendlich jemanden gefunden? Genau. Ich habe großes Glück, dass ich in Berlin lebe und es hier so gute Beratungsstellen gibt, die mir sehr geholfen haben. Aber nicht alle Schwangeren haben diese Chance. Gerade in ländlicheren Regionen muss man oft mehr als 100 Kilometer weit fahren, um einen solchen Arzt zu finden. Und viele Krankenhäuser sind in kirchlicher Hand und lehnen Abbrüche komplett ab. Religiöse Gebote werden sowieso häufig als Grund verwendet, deshalb sind Abtreibungen in einigen Ländern nach wie vor illegal. Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen führen aber nicht dazu, dass nicht abgetrieben wird. Es werden also keine Abtreibungen verhindert, es werden sichere Abtreibungen verhindert. Bist du selbst religiös? Nein, aber ich glaube, auch als religiöser Mensch hätte ich ähnlich entschieden. Gut, das lässt sich jetzt natürlich leicht sagen. Ich lese in Kommentarspalten ständig, dass Kinder gottgewollt sind. Aber was bringt es einem Kind, wenn es von Gott gewollt ist, nicht aber von den eigenen Eltern? Dass so wenige Praxen Abbrüche anbieten, hat aber vermutlich nichts mit Religion zu tun, abgesehen von den eben erwähnten Krankenhäusern. Denkst du, das hängt mit dem Paragrafen zusammen? Kann sein. Ich habe danach in ein paar Artikeln gelesen, dass die Anzahl der Praxen, die in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche anbieten, zurückgegangen ist. Ich kenne die genauen Zahlen nicht auswendig, aber ich glaube, es waren knapp 40 Prozent in weniger als 20 Jahren. Was glaubst du, woran das liegt? Dort stand, dass es an Unis viel seltener gelehrt wird und es natürlich auch auf Ärzteseite mit sehr viel mehr Stress verbunden ist, sich den ganzen Hürden zu stellen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Reden darüber dem Stigma entgegenwirken kann. Denn mir geht es gut und ich habe meine Entscheidung bis heute kein einziges Mal bereut. Gleichzeitig bin ich mir, wie eben erwähnt, ziemlich sicher, dass ich einmal Kinder will. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele nicht verstehen. Dass hinter einem Schwangerschaftsabbruch keine tragische Geschichte stecken muss. Ich weiß, dass meine Eltern mich unterstützt hätten, dennoch war es für mich die einzig richtige Wahl. Falls ihr also ebenfalls vor einer solchen Entscheidung steht, macht euch bitte bewusst, dass sie nur euch und euren Partner oder eure Partnerin etwas angeht. Da du gerade deine Eltern angesprochen hast, hast du ihnen von all dem erzählt? Nein, habe ich nicht. Die Entscheidung haben wir damals allein getroffen und... Kommentare F steht für Freunde Und gemeinsam mit 219a auch gleich noch 218 abschaffen. Gute Folge Händeabklatsch-Emoji Barcelona Lover Wie egoistisch kann man sein? Sie hätte es auch einfach zur Adoption geben können. Berlin City Girls Danke für den Podcast My body, my choice Herzchen-Emoji Limone 7 Wenn sie doch sogar meint, dass ihre Eltern sie unterstützt hätten, verstehe ich das Problem überhaupt nicht. Vielleicht mal Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Jedi 98 Falsches Timing ist ein legitimer Grund. Hättest du zugehört, hättest du das vielleicht verstanden. Robert 0 Es werden sichere Abtreibungen verhindert? Dass ich nicht lache. Was ist daran sicher, wenn ein Kind stirbt? Peter Panda Drei Herzchen-Emoji How about no? Danke dafür. Kira, kannst du vielleicht noch was zu der Situation in Polen machen? Erstes Kapitel Miriam Es gab viel, was ich an Berlin liebte oder besser gesagt zu lieben gelernt hatte. Denn früher war mir die Stadt zu laut, zu groß, zu grau und zu dreckig gewesen. Diese Skepsis war innerhalb des ersten Semesters, das ich hier verbracht hatte, in das komplette Gegenteil umgeschlagen. Ich liebte die heruntergekommenen Ecken genauso sehr wie die für den Tourismus herausgeputzten. Ich liebte die teils ruppige Art der Menschen, gepaart mit ihrer Offenheit. Die lauen Sommerabende in Parks und an der Spree, die kleinen Läden, die vielen noch unentdeckten Ecken, das Künstlerische und die Abwechslung, die einen rund um die Uhr erwartete. Ich liebte, dass hier jeder seinen Platz fand. Aber nichts liebte ich so sehr wie all die Cafés, Restaurants und Bistros. Egal ob Burger, veganes für unterwegs oder ausgiebiges Frühstück, Berlin bot alles, in tausendfacher Ausführung. Als ich letztes Jahr aus dem Umland in die Stadt gezogen war, hatten meine Schwester Luisa und ich es uns zum Ziel gemacht, all das auszuprobieren und uns einmal quer durch Berlin zu futtern. Mal morgens, bevor Luisa ins Büro musste, mal mittags, wenn ich eine Lücke zwischen zwei Vorlesungen hatte und manchmal auch abends. Jeden Montag zum Beginn einer neuen Woche trafen wir uns, wo bestimmten wir in abwechselnder Reihenfolge. Knapp 25 Orte hatten wir mittlerweile besucht und so gern wir in manche auch ein zweites oder drittes Mal gegangen wären, die hielten uns an unsere selbst auferlegten Regeln. Guten Morgen, begrüßte mich eine Frau mit kurzen braunen Haaren und tätowierten Armen. Hallo, ich habe eine Reservierung auf den Namen Vogt. Für ein Tattoo oder einen Tisch? Ähm, einen Tisch? Die Frau ließ ihren Zeigefinger über die Seiten eines vergilbten Notizbuchs gleiten. Ja, hier steht's. Ich habe für euch den da hinten mit den beiden hohen Sesseln ausgewählt. Sie deutete links an mir vorbei. Aber um die Uhrzeit ist so wenig los, sucht euch gern was aus. Kann ich dir schon was zu trinken bringen? Kaffee? Alles klar, danke dir. Ich nehme einen schwarzen Tee. English Breakfast? Ich nickte. Kommt sofort. Kurz beäugte ich die Kuchenauswahl, da es nie zu früh für Kuchen war, dann setzte ich mich auf einen der braunen Sessel. Das heutige Kaffee hatte Luisa ausgewählt. Es lag im Wedding zwischen dem englischen und afrikanischen Viertel und war, wenn ich das Schild über der Tür neben der Theke genauer betrachtete, eine Mischung aus Coffeeshop und Tattoo-Studio. Unter dem Frühstücksmenü, das vor mir auf dem Tisch lag, befand sich eine eingeschweißte Karte mit Samples und Wannadoos der beiden Tätowiererinnen des Ladens. Mein Blick huschte über die filigranen Skizzen, bevor ich ihn weiter über die floralen Muster der Tapete und den dunklen Dielenboden wandern ließ. Tattoos waren nicht mein Fall, aber die Einrichtung des Ladens sorgte dafür, dass ich...